Energiegeladen begrüßt die Windhauptstadt Hamburg ihre Aussteller und Besucher aus allen Teilen der Welt zur WindEnergy Hamburg. Alle zwei Jahre ist Hamburg als Sitz führender Windenergieunternehmen das Tor zur globalen Welt der Windindustrie. Zur Eröffnung der WindEnergy Hamburg 2016 und dem parallel stattgefundenen WindEurope Summit kamen Politiker und prominente Branchenvertreter zusammen. Internationale Fach-, Wirtschafts- und Tagespresse zeigen großes Interesse und begleiten das globale Gipfeltreffen medial. Weltpremieren und Neuheiten werden dem globalen Fachpublikum auf der WindEnergy Hamburg konzentriert vorgestellt. Innovative Anlagenkomponenten werden eindrucksvoll im Herzen der Stadt präsentiert. Durch den optimalen Besucherservice der Hamburg Messe können sich rund 35.000 Fachbesucher an vier Messetagen mit maximalem Komfort über das weltgrößte Angebot der globalen Windindustrie informiert. Auf rund 65.000 Quadratmetern werden Lösungen und Innovationen aus der Windindustrie präsentiert. Vom innovativen Start-up über den Mittelständler bis zum Marktführer werden alle Facetten der Windenergiebranche mit einer stetig wachsenden internationalen Präsenz dargestellt. Hier präsentieren Planer, Hersteller, Zulieferer, Finanzierer, Betreiber und Dienstleister sich und ihre Lösungen on und offshore. Auf der Weltleitmesse dreht sich alles um Business. Konkrete Vertragsgespräche, innovative Präsentationen, hochkarätige Beratungen und das starke Interesse internationaler Energiemarkt-Akteure unterstreichen den Anspruch. Das messebegleitende Programm eröffnet einen exzellenten Mehrwert mit einem Hotspot für internationale Fachmedien, vielfältigen Vorträgen der Aussteller in der Speakers Corner und Aktionen für Job- und Karrierechancen in der Windenergiebranche. Einen Themenschwerpunkt bildet die Storage Tour, die alle Stromspeicherlösungen hallenübergreifend zusammenführt. Vielfältige Gelegenheiten in gelöster Atmosphäre Gespräche zu führen, zu networken und auf Geschäftsabschlüsse anzustoßen, runden die Messe ab. Man sieht, die Windenergie ist eine der innovativsten Industrien weltweit und es gibt keinen besseren Platz als die Windenergie Hamburg, um diese Dynamik aufzuzeigen. Seien Sie Teil des global wachsenden Marktes und besuchen Sie das weltweit größte Branchentreffen, die Windenergie Hamburg. Tschüss und auf Wiedersehen in Hamburg. Das ist bereit, die Windenergie Hamburg. Jena, bis jetzt aus den Park, die Windenergie Hamburg. Und die Windenergie Hamburg haben, die Windenergie Hamburg. Jena, die die Windenergie Hamburg. Jena, die Windenergie Hamburg. Untertitelung des ZDF, 2020